Hallo ihr meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, herzlich willkommen zurück zur Untergrund-Oase. Bei mir, den Scheidling zu Pikmin 3 Deluxe zusammen mit dem Sunny. Hallo. Der Sunny ist seit der letzten Folge echt dabei aufzuholen. Ich muss sagen, die ist eine der Maps, die ich am wenigsten mag. Ich sag nur, Flügel-Pikmins. Von Sega-Drop, das ist so fies. Du kannst dir einfach nicht aufhalten. Wenn ich dich beantworten werde, wenn du die einen solchst. Wenn ich hier nicht mal anständig was trinken darf man hier. Ungeheuer. Der Butter wird ausgenutzt. Das Böse muss vernichtet werden. Du bist das Böse. Geh, den Volk auf Freude, schau ich ja nicht dafür. Es geht blau, Bigmans, keine Flügel. Okay. Hier sind noch bestimmt ein paar Viecher vergraben. Oh, guck mal, was da dritten hier bis vor Ort ist. Aber die dann sind schon mal. Der Baum, der Schiff offen ist. Oh, das finde ich zum Start. Das ist schön. Ich gebe immer kurz auf. Ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Was ist denn, du müsstest auch was spielen wissen? Oder willst du irgendwas? Wo ist das Böse? Nein. Ist eine Lüge. Nein. Ist absolut so einziger wahr. Da ist es noch drauf. Woher will ich das so offen machen? Nein, ich glaube, ich lasse noch erst. Nein, ich glaube, das wird uns noch zu wenig. Hallo? Hilf mal auf dem Brüdern. Schwester, was auch immer. Ja, die haben, glaube ich, Fremdgeschlecht. Und Geschwister, sagen wir so. Noch lohnt sich der Blitz halt nicht für mich. Ich versuche mir, haupte ich, die Glauben zu machen. Die sind gewertvoller. Jetzt hat es sich gelohnt. Naja. Zumindest ein bisschen. Ich habe eine Biene. 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 Schlepp sie weg. Ich muss ja auch achten, dass sie das Vieh nicht anhalten. Ich fühle mich gerade wie in der Höhle des Löwen. Ich müsste die jetzt aufwecken, oder? Alter, das wäre so hart, wenn du die jetzt aufwecken würdest. Ich will aber nur ein. Das ist auch eine ganz spezielle Art. So. Lauf! Das nennt man Taktik. Dann hast du eigentlich Gehlein aufgedeckt. Nee, das ist weg, oder schon. Toll. Ihn interessiert es anscheinend gar nicht, wenn sein Kumpel stirbt, oder wie. Nö. Ich werde mich ein bisschen erwartet. Ich hätte es schon gesehen, weil ich das Item habe, oder? Was hast du denn? Ich weiß, mein Obler. Ich darf machen. Ja, Insta Kill. Super. Ich warte mal ein bisschen, den einen Abbrot von dir da. Oh, wo ist die blaue Mone? Ich bin ja auch hinten. Da muss ich hin. Du warst. Beide. Abgratz vor, Jungs! Oh, die Goldeneerfee, ich weiß, wo die ist. wie schön das lustig ist was ja ich muss die ja wii Das kriegst du nicht. Hey, ist das dein Ernst? Hallo. Du hast auch eine Lebensleiste. Hey, ihr da, kommt mal mit. Hey, du da. Wach auf. Ich überlasse es dir nicht. Das ist jetzt mein Opfer. Ich habe es mir geholt. Gar nichts ist meines. Ich habe es mir geholt. 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 Das ist mir geholt. Ich habe es mir geholt. ja das war nicht das war nicht meine intention ich wollte eigentlich draußen behalten das sind so viele mal probiert oder sind wir die glücklich rauskommen komme ich wieder raus aber gar nicht genug und das verloren wir sind bingo besessen da sagt man ja das spiel ja wir haben ja noch nicht alles durch und es gibt doch nicht sogar noch ein erfolgreich ja ich glaube wenn wir alle mit einer durchgespielt haben die missionen die mache ich nicht weil die sind nicht so spannend also die bringt nie auf den knall der versus modus ist ungesehen das letzte was ihr seht vielleicht wollen die zuschauer ja auch die minister uns nur zu sehen wir können es aufnehmen aber hier entscheidet ob ihr den sehen wollt boss kämpfe machen wir aber wirklich da mache ich sogar solo das hier kann man aber auch einfach easy töten es ist nur gefährlich das wirftet nicht nur in den boden und dann muss man sie rausziehen ja ich weiß ich glaube das sind doch vier eigentlich ja ist mir auch aufgefallen stimmt ich gibt es ja auch noch eklig super dann ich hab's gesehen nein was denn also alle bist du auf alles ausgelöscht ja die bock mal mischt aber das ist hart er hat auch knapp meine picknacht auf auff willi das ist fies deswegen mag ich das ding nicht das hat die bock mal mischt dann mag ich instant das fiel ist so krank stark halleluja was gerade einen massiven vorteil auch einmal passiert im schlimmsten falle noch mal so geschockte pigments können trotzdem noch etwas viel gesehen und umgedreht verziehe ich ein wenig ich sehe nichts muss ich aber auch wo ich kraft da trifft das wie trifft das wie ich brauche ich brauche auf meine weg uns zu verschlingen nein sehen sie nicht ich lasse mich los wo ist der eine ich zieh mal gut vor diesen pikmin deswegen salutiere ich gerade auch ich habe es nicht gesehen aber er hat gerade wirklich salutiert während ohne wird es einfach salutiert weil er ein reines pikmin ist geschafft hat den umzuliehen lauf 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 ist aber auch ein ehrenpick mit damit ja so jetzt reicht es mir mit dir du Bastard in die höhe schade ein habe ich ja ich auch ich habe ein pikmin ist wieder das ist das andere ekelhafte dieser scheiß blitz alter ich habe den abwehr rausgesprengt ach so dass sie blockiert das einfach nur da oben ehrenpick man von ehrenpick mit ja das pikmin hat echten und verliebt das ist allein noch die schade der reichst mir mit dir ja gar nicht mehr so wie du wieso ist denn ich wieso denn noch nicht tot hatte sie es geschafft nein das hat er nicht geschafft oder und dann schade ich wollte noch ein paar mehr da hochwerfen das ist noch ab mit kommen oder da oben ist mir auch recht und dann steckst du hoffentlich ich wieso kann ich hier eigentlich nicht runter gehen das ist doof ich soll das ding abbauen und nicht einfach irgendwie da runter rennen hast du was falsch verstanden für dieses wie haben dich so viele pikmin geopfert ich hab leider keine kumpidos das würde ich werfen jetzt sammelt das scheiß ding doch endlich mal ab kann ich auch mal mehr pikmin haben guck mal wie dumm die sind wieso siehst du das sind nicht hä ach so weiß er jetzt ihr seid abfallen hohohohoho das ist aber nicht nett es stimmt aber ich hab auch L.P. heine hatte ich nicht 2 geholt wo ist der andere noch mal das war eigentlich nicht der plan ich wollte ihn eigentlich zurückholen den pikmin ich glaube ich hatte ja 15 pikmin ist eigentlich auch eine gute methode die gegner zu holen einfach aufspringen ich bin gerade im abtransport ich bin so froh dass ich dass die runde jetzt gewonnen habe es war genauso viel mit den blitzen die gemeinheiten an den kopf geschmissen wir nähern uns am ende dieser epischen schlacht zwischen mir und sunny wer wird es am ende noch reißen 6 6 schaffen oder schaffe ich noch einen punkt und gewinne da durch wir sehen uns bei der nächsten folge bis zum nächsten mal